Jo! Nachdem ich erst mal eine Woche oder so Pause machen muss ... weil ich einfach ... ... auch gesundheitlich angeschlagen war und einfach ... ... es nicht sehen konnte ... Ähm ... ... freue ich mich darauf euch herzlichst willkommen zu heißen ... ... Hi ... D transformed ... ... Có die Waren das jetzt hier? Zack ... ... Open Blast door ... Yo ... Nachdem wir letztes Mal so extrem verkackt haben, dass ich meine Seele verkaufen würde, um nicht nochmal so zu verkacken. Ja, der wird uns jetzt sagen, dass da hinten ja zu ist, irgendwie. Jetzt muss ich hier die 4 hauen. Juhu. Ja, da ist auch noch zu. Und I hate birds. So, lower lift, bla bla bla, aber ich hab euch ja gesagt, wir machen das noch durch hier. Und, ähm, lift, load. Und dann kommt das neue Let's Play. Es ist noch so viel zu tun und es ist wie ein Zweitjob. Also wirklich, wie ein Zweitjob. Open Blast Door. Jip, 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 jip. So, kann ich jetzt eigentlich rausgehen, speichern oder muss ich dann hier alles nochmal machen? Das würde mich mal interessieren, weil ich hab irgendwie gar keinen Bock mehr, das alles hier 50.000 Mal zu machen. Nur weil ich so dumm bin und verrecke. Also, gehen wir wieder raus. Speichern. Und lassen uns überraschen. Wenn sie da jetzt steht, ne? Und ich kann sagen, ey, dann krieg ich aber einen Anfall. Boom, 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 boom. So, wie schlagen wir den Core? Ähm, eine besonders gute Frage. Erstmal sammeln wir das Ding aus. There's something running around. Bla, bla, bla. Open the toe, so. So, ja, haben wir letztes Mal schon gemacht. Vision. Hopp. So. Wie schlagen wir dieses Drecksding? So. Bla, 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 bla. Look is old. Bla, bla, bla. Oh mein Gott, da sind ja noch mehr. Ja, so ist das eben, ey. Mann, ist der hässlich. Warum immer ich? Jungen, ne? Wow, ich hab ihn einmal getroffen. Sollst du stolz auf mich sein? Ja, natürlich, ey. Gleich beim ersten Treffer erstmal ein Level up. Äh, Level down, ne? Ist klar, ey. Ja, Junge. Komm mal, klar, ey. I hate my life. I hate my... Ja, Junge. Hör Gott noch mal. Ja, genau. Ja, genau, ja. Ja, ja, so seh ich das auch. Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Ja, genau, ja. Acht HP, wunderbar. Zehn, sieben. Wichtiges Knie, ey. Ja, geh doch mal weg von ihm! Oh Gott, ey. Der Junge ist so behindert, ne? Statt, dass immer das Herz einsammelt oder so. Nein. Ja, ja, vier HP, schön. Fuck my life. Drei HP, ne, ein HP und sieben HP. Nimm das Herz auf! Vollidiot! Nimm! Nein, 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 ja, Level up, Level down, genau. Fick dich! Und den Butler weg, du Idiot! Empty ist nicht gut. Nicht gut. Komm schon! Nein! Ich will die Ausnahme! I need rockets! I need more rockets! LOL! Ja, YOU did it! Nee, YOU did it, Curly! What the fuck? Oh, um... AHHHHH! How? Hey! That's the same witch you sent me! Are those children safe? Shut up! Don't act like you're a mother! Do you even know what this is? HUH?! This is the reason why I hate robots! This is the heart of the island! This island worth all of its jobs! Do you really want to along with this island? You stupid fool! Misery! What are you doing? Move to Kara, when you know! Why you serve time! Holy moly Donutjob! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Moin! Ja, genau! Die steht ja göttlich, ne? Wir werden hier verrecken! Und dürfen dann den ganzen Kampf nochmal! Und warum? Hallo! Ja! Achso! Achso! Das gehört zum Spiel! Losing Con bla bla bla! Ja? Hm 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 hm! Eine Stimme sacht! Did you say the woman named Jenka had a younger brother? His name was fellows! Like his older sister, he had magical powers! Unlike anyone called Imagine! Hm? You can't breathe! Yeah! Ich kann atmen! Blum blum blum! Mub! No... Ahem! No reply! She not moving! But appears to still believe! Will you use the toe rope? Yes! Wrap the toe rope around Curly! So Curly, dann komm mal mit! Dann nehm wir die mal mit! Und machen uns auf den Weg nach drausenn aus diesem Scheiß hier! Mit unserem Warum geht das zu? Das ergibt überhaupt keinen Sinn Außer da ist irgendwas drin Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Scheiße Jetzt komme ich da auch nicht mehr rein, ne? Dark place Do you want to save Game saved? Oh